Zeit, als die norwegische Hauptstadt Oslo von mindestens einer schweren Bombenexplosion erschüttert wird. Ich habe einen lauten Knall gehört und ich wurde von Glassplittern getroffen. Ich dachte erst, es ist ein Erdbeben, doch dann sah ich, dass die ganze Straße zerstört war. Da lagen überall Verletzte. Schlags verbunden bei Menschen hier auf der Straße, sicherlich mit einem gewissen Schulterzucken. Untertitelung des ZDF, 2020 ... ... ... ... ... ...